Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play, äh, Let's Random, schon wieder, verdammt, und einer neuen, damit verbundenen Arena-Runde von Hearthstone. Und jo, wir gucken mal, ob wir unsere Siegesträhne, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, fortsetzen können, aber das ist schon mal eine ziemlich beschissene Starthand. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Gucken wir mal, aber wie gesagt, ich finde fünf Arenen, weil ich fand das Deck jetzt von Anfang an nicht so gut eigentlich. Ähm, wie sende ich Emotes? Achso. Ah, verdammt, Leute, ich wollte ihn eigentlich auch grüßen. Haha, ups. Oh, den hat er echt genommen? Lol, ich kriege auch noch Wildtier mutieren. Äh, ich weiß nicht, ich hasse so Karten, wo der Gegner auch was kriegt. Und RNG ist sowieso immer schlecht. Aber gut, der ist in dem Fall sogar ziemlich nice. Wenn ich denn ein Wildtier hätte... Aber ich habe keins. Aber im Deck... Habe ich im Deck ein Wildtier? Ist der Violette Wurm ist ein Wildtier, glaube ich, oder? Hm, ja, wobei ich glaube... Ja, never mind. Alter, langsam reicht's, man, wirklich. Ich kriege bald einen scheiß fucking Anfall. Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass das für ihr hier ein Wildtier ist. Ohne Witz, mir reicht's langsam. Das kann halt einfach nicht wahr sein. Dankeschön. Richtig lächerlich, Alter. Oh, oha. Richtig, richtig lächerlich, Alter. Mir reicht's so hart. Und wir sind Drecksvieh. Jede Runde, man. Jeder hat's auf der Start an. Das kotzt so an. Okay, das mit dem überwältigenden Zeug ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt würde ich gern die ausspielen. Aber das klappt so nicht. Nicht, wie ich mir das vorstelle. Na, verdammt. Jetzt stirbt der, ne? Aber das kann ich nicht ändern. Zumindest kriegt er dann den überwältigenden Bonus nicht und ich kann sie halt theoretisch dann traden. Ich zeige euch die andere Seite. Ja, woher hat er die herbekommen? Ah, jeder Spieler erhält einen Diener, der 2 kostet. Ah, verstehe. Jetzt hat er sich ernsthaft, jetzt hat er es ernsthaft gemacht, nur wegen dem Ding? Dass es seine scheiß 3 Rüstungen bekommt? Really? Theoretisch, wenn ich noch die beiden Bananen auf das Vieh benutze, Alter, holy shit, ne? Wenn der dann mal wieder full life ist, ist es also ja ziemlich gut. Ah, scheiße. Na gut, jetzt stirbt wenigstens die dann noch mit. Ah, oder auch nicht. Warum cleart der denn nicht? Ich verstehe das nicht. Was will er mir damit sagen? Hm. Das war eigentlich auch unnötig. Aber jetzt kann ich ja nichts noch in den wenigstens seine beiden traden mal mit einem anderen. Ich habe schon überlegt, ob ich das mache, aber das ist irgendwie wasted. Das wäre auch Schwachsinn. Die zu opfern, weiß nicht, finde ich auch blöd. Und den hätte ich jetzt noch nicht ausspielen können. Weil er hätte ihn einfach direkt weggehauen. Ja. Keine Ahnung. Alter, übertreib komplett. Es geht ab, man. Geht's euch? Ja. Ja. Gut, das bringt mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich was. Na. Ja. Er hat dem leider bloß ein Leben gegeben hat. Sonst wäre es schon ganz geil gewesen. Soll ich dem noch eine Banane geben und dann heilen? Weil dann überlebt er noch eine Runde. Das ist der Vorteil von Jäger. Der hat eigentlich keine Heal. Also eigentlich hat er schon zweimal, beziehungsweise gebufft. Aber das dürfte er jetzt eigentlich nicht mehr zu häufig machen können. Ach, come on, Alter. Ich hab dich gefragt, ob du mich verarschen willst. Ach, come on, Alter. Ich hab dich gefragt, ob du mich verarschen willst. Das Problem ist, er wird den halt freiwillig clearen, damit er nochmal plus 2,1 bekommt. Scheiße. Oder er geht einfach Phase, er hat 12 Schaden. Es könnte sogar sein, dass er einfach Phase geht, also 14 Schaden hat. Äh, nein stimmt, das waren ja 12. Wenn er jetzt noch Fass oder so hat. Oh, oder Eiskältefalle. Eiskältefalle. Ja, fuck, Alter. Das ist halt Game Over, Boys. Das ist halt jetzt zwar, also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt Eiskältefalle ist, ist sehr hoch. Aber eigentlich kann ich's gar nicht. Nein, ich hab verloren, weil ich hab keinen Spott. Ich kann's, ich kann's gar nicht gewinnen, außer ich spiel's den aus. Weil egal was ich mache, er hat ja mindestens 6 Schaden. Also unabhängig davon, ob das jetzt Eiskälte, also es ist todsicher, Eiskältefalle. Also ich muss jetzt das machen. Und dann jetzt probieren, seine Hyäne zu clearn. Aber das wird safe nicht funktionieren, weil das jetzt halt Eiskältefalle sein wird. Dann spiel ich jetzt einfach die noch aus. Ja. Oh nein! Es ist sogar nicht Eiskältefalle. Das macht's tatsächlich extrem viel besser. Okay, das haten wir jetzt tatsächlich im Game. Aber die Cobra ist allerdings auch scheiße. Aber nicht so scheiße, wie Eiskältefalle gewesen wäre. Oh, ich dachte jetzt eigentlich 100% dass das Eiskältefalle ist. Gut, dass das Arena ist. Alter, das ist ein Scherz, oder? Er hat den zweimal im Deck. Holy shit, ich hab den halt keinmal. Ja, okay. Jetzt ist es vorbei. Scheiße. Ja. Junge! Zweimal Fungomand und einmal Sch... Na, wie heißt der? Mein Schild für Argus. Was? Mein Schild für Argus, genau. Ja, kann ich nix machen. GG's. Holy shit einfach. Zweimal Fungomand. Ist zu heftig gewesen. Naja. Genau, jetzt hat man vier Packs bekommen. Das ist dieses Winter auch fest. Ich hoffe, ich hab meine alte Quest wieder bekommen. Weil ich war bei drei Quests. Und hab jetzt dann, weil diese Quest kamen, quasi eine Quest einfach verloren. Sau blöd. Also ich hoffe, ich krieg die jetzt wieder. Meine dritte quasi. Wenn nicht, dann drauf geschissen. Und goldene Karte. Nee. Ja, immerhin fünf Gold plus und 45 Staub. Staub ist eigentlich ziemlich wichtig. Also von dem her gar nicht mal so schlecht. Und... nein. Ich hab die Quest nicht wiederbekommen. Rip. Damn. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, war's das. Kurze Folge. Sorry dafür. Aber ich fang jetzt keine Arena mehr im Video an. Weil ich will jetzt wie gesagt erstmal ein bisschen was von dem Gold wieder wegspielen. Also wir spielen natürlich mal wieder eine. Klar. Kein Thema. Und Pack Opening kommt dann auch. Bei 50 Packs, hab ich jetzt gesagt, machen wir das nächste. Also sind wir auch gar nicht weit davon entfernt. Weil wie gesagt, ich hab jetzt 1000... Also ich könnte jetzt einfach 11 Packs kaufen. Dann wären wir schon bei 39. Also jo. Sind wir ziemlich nah dran schon wieder. Genau. Und ja. Damit macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Entschalten. Und tschau tschau.